Ich mag keine Sonne, ich mag keinen Strand. Meine Frau und Kinder haben Spaß und das ist wichtig. Ja, natürlich meine Heimat, das Côte d'Azur. Bei uns ist es wichtig, weil wir jetzt in Deutschland sind und wir haben nicht wenig Zeit im Côte d'Azur, deswegen fliegen wir gerne dahin. Ja, in Frankreich allgemein ist Essen super, weil ich habe ein Restaurant in Monaco, der heißt Modesti, bei mir ist italienisch Essen und ich würde froh sein, wenn ihr es bei mir seid. Essen, entspannt und bohrt. Meine Côte d'Azur ist einfach super. Essen, entspannt und bohrt.